Du wirst gebraucht. Wir befinden uns hier am Stand der SRF. Neben mir ist Jörg Franz. Guten Tag Herr Franz. Eine Frage vorweg, wofür steht SRF? SRF steht für Strabergreffahrleitung GmbH. Welche Kriterien sollte ein Bewerber erfüllen? Unsere Bewerber, die wir suchen, sollten einen vernünftigen, erweiterten Hauptschulabschluss oder günstigerweise mittleren Schulabschluss haben, Realschulabschluss und natürlich gute Leistungen in Mathematik und Physik haben, weil der Beruf eines Elektronikers für Betriebstechnik natürlich voraussetzt, dass man sich mit bestimmten Messgrößen auskennt, dass man auch bestimmte Rechnungen durchführen kann. Für welche Bereiche wäre denn ein Auszubildender zuständig? Unsere Auszubildenden werden hauptsächlich dafür eingesetzt, die Fahrleitungen auf dem Bereich der Deutschen Bahn mit zu errichten, instand zu setzen und zu warten. Und dazu brauchen sie eine entsprechende fachlich fundierte Ausbildung, die sie in unserem Verbundausbilder, dem Ausbildungsbereich in Lichtenberg im Erzgebirge halten. Warum würden Sie den Beruf einen Jugendlichen empfehlen? Der Beruf ist spannend, er ist abwechslungsreich, man kommt im gesamten Land umher, vielleicht auch mit der Perspektive im Ausland mal zu arbeiten. Er ist nicht eintönig, man ist ständig an der frischen Luft und für Jugendliche natürlich auch, es ist ein ziemlich körperlich anspruchsvoller Beruf, der natürlich dann auch den Besuch im Kraftsportstudio ersetzt. Wie sehen die Zukunftsaussichten aus? Unsere Monteure nach der entsprechend gut abgeschlossenen Ausbildung können über den Monteur für Fahrleitungsanlagen bis hin zum Obermonteur sich weiterentwickeln und bei besonderem Interesse oder auch den entsprechenden Voraussetzungen weitergehende Ausbildung bis zum Techniker oder Meister machen. Vielen Dank, Herr Franz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017